N Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 mit der Moos So also mit mir Das Fasslieferrohr ist ganz in der Nähe Bewegung und pass auf wo du hinschießt Genau Wir sind gerade auf der Auf der Auf der Wie, wie wollte ich denn Aha Genau, wir sind gerade Auf dem Weg zum Zum Keller Beziehungsweise wir sind da gerade Und äh, ja Die Herzen sind echt geil So genau, also ähm Wir waren gerade den letzten Den letzten, äh, äh, Schlüsselfragment-Dings dazu bekommen Uh, ein goldner Schleifer Oh So, Shotgun ist Shotgun ist, äh, besser als meine Das ist natürlich geil Oh ja Das, äh, klingt ganz gut Dann, die ist besser als meine Die ist besser als meine Oh ja Oh ja Oh ja und dann natürlich der sniper nice 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 das hat sich ja schon gelohnt Pistole 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 alles sehr schön ich bin nicht so ein Pistole Typ also so dann geht es jetzt ganz normal weiter unsere kunden so schätzen jede charge ist einzigartig ich selbst bevorzuge ein eichen brandy fass aber ich überhaupt länger als man denkt aber das war lohnt sich Entschuldigung nicht so frei so eichen fass ja ich jetzt geil weil ich jetzt richtig gut ich glaube bald kommt zu kommen wir zu einem Endkampf echt jetzt das ist besser als das goldene ja super ja ich habe halt trotzdem das goldene ich habe die kammern ewig gesucht konnte aber nichts finden ich dachte sogar schon ich hätte es nicht mehr drauf am tag meiner abreise ruft mich monty in sein arbeitszimmer mach dir nichts draus de leon mein ehr wenn es keine kammer gibt gibt es eben keine ja ich behalte den main sniper der macht zwar nicht so viel damage aber der hat elektro das saugut gegen rüstung ist und hier ist eigentlich alles hier ist eigentlich alles voller rüstung alles der und ich sind fast bei der liefersteuerung kammerjäger sichere den raum das schlüssel fragment darf nicht in die hände der der fanatiker fallen rechts noch ein gebrochenes herz von maurice die 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 so session ja 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 Ich hätte nur mal gebraucht für dich, sogar mit dir. Misch ins Bett! Zeit für eine Kerle! Ich kann es umhören, mich! Süd. Epische Musik schon mal? Oh. Nice. Ah, epische Waffe. Wo bist du? Ah, da hinten. Mit einem coolen... Herz. Du bist der Herzensplächer. Horace der Herzensherrscher. Sie werden eingeschaut. Hi. No, wie geht's euch? Zeig mir deinen schwitzigen Kern. Zeig mir deinen... Was hat sie gesagt? Deinen schwitzigen Kern? Hoppala! Mein schwitzigen Kern. Okay. Ey. Wer war's? Mein schwitzigen Kern. Geht's nicht an. So, nochmal in der Pistole. Wunderbar. 10 Prozent, wenn er aufgebracht ist. Das ist natürlich auch geil. Der hat nur 100 Schaden, weniger als... Ey. Sag, wann geht's noch? Ich war gerade beschäftigt. Ach komm, wir sind gleichzeitig gestorben, oder was? Ich werde dein Gewissen belasten. Ich werde... Das ist... Das ist auch geil. Ich werde dein Gewissen belasten. Das ist cool. So, ähm... Bei erlittenen Schaden gibt es eine Chance von 14ern, dass die... Dass eine Gesundheitsladung erscheint. Die 15 Prozent der Macht... Oh. Ja, das ist natürlich geil. Also 100, ähm... 100, äh, Rüstungen mehr oder weniger ist jetzt nicht so die Welt. Ich meine, da sind die Boni einfach besser. Vor allem, ähm... Ja. Die, äh, ähm... Die Schussrate... ...wird erhöht und so weiter. Ja, das ist schon gut. So. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich finde das Fastlieferrohr. Achso. Vielleicht sollte ich mal... Oh. Pünktlich auf die Minute, Kammerjäger. Wir sind jetzt an der Steuerung. Das ist ein Schrank voller farbcodierter Hebel und Regler. Winnie, du hast mir nicht gesagt, dass wir ein kompliziertes Rätsel lösen müssen. Unsinn. Ein kompliziertes Rätsel ist Belohnung genug. Kammerjäger, du musst nur die Anforderungstaste bei dem Lieferrohr da drücken und die Röhre neben dir öffnen. Wir kümmern uns hier um das Rätsel. Mal sehen, das ist der Hebel hier, die Amplitude hier. Zurückfahren. Winnie, beeil dich, wenn meine Schwester uns findet. Das Rad auf Törtchen stellen, an der silbernen Kette ziehen und los geht's Kammerjäger. Aktiviere das Lieferrohr. Achtung! Oh, danke. Nö. Verdammt. Alistair, such nach Hinweisen. Nö. Ich habe einen ausgestopften Fisch mit einem Code drauf gefunden. Das wird die Antwort sein. Alistair, lies die Hinweise vor und ich löse alles. Ich bin nicht in der Stimmung für... Na schön, bitte sehr. Adler, Krabbe, Sieben, Wendigo. Jetzt kommt der spaßige Teil, Alistair. Genieß es einfach. Da, Code eingegeben. Kammerjäger, drücke auf die Anforderungstaste. Diesmal wirklich. Super, nö. Herr Jemini, das war ein Ablenkungsmanöver. Pass auf, falls noch mehr Fanatiker kommen, Kammerjäger. Ich brauche Deckung. Super, nö. Hinein in den Heizkampf. Noch ein gebrochenes Herz. Maurice ist gnadenlos erfreut. Ich sterbe, damit die Familie leben kann. Verschrappet sie! Du bist noch ein bisschen geschafft, noch zu sterben. Toll, bitte zum Beispiel. Ich bin nicht spät. Oh, von hinten. Hi. Hi. Die fäckern. Die Kalypsos. Das geht nicht auf uns. Ich kann hier gar nichts sehen. Ja, noch zu einer. Ja, wo bist du denn? Da bist du. Oh, der Kronk ist auch da. Lade nach. Oh, verdammt. Kein Platz für den Pattybär. Tod für alle. Alter, wie es den wegfetzt. Ich stelle sie. Die große Kammer. Wieso, wie so Pistolen? Das schaue ich mir ja später dann an. Alles später. Alter. 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 Bleibt sie vor uns her, Brüder. Alter. Die ist ja vor mir und ich treffe sie nicht. Okay. Was bist du denn? Was? Ich denke, ich wollte hier das nicht so weit treten. Hallo. Hi. Die letzte. Winnie, würdest du dich bitte beeilen? Ich schätze den Gedanken an eine Konfrontation mit meiner Schwester nicht sehr. Verdammt, Alistair. Mein Vater ist tot, mein Unternehmen in der Hand von Banditen und ich verhökere mein Erbe, weil ich dein Leben retten musste. Ich muss mich verdammt nochmal amüsieren, wenn ich das letzte Rätsel löse, das mein Vater mir hinterlassen hat. Ich? Du hast recht. Es tut mir leid. In dem Fall sollte ich dich wohl nicht auf den Code hinweisen, der an der Decke steht. Was? Oh, verdammt. Blauer Hebel, weiße Taste, Kupferkette. Alistair, du cleverer Bastard. Ja, das ist es. Kammerjäger, drück die Taste. Naja, ihr habt euch Zeit gelassen, jetzt lasse ich mir auch Zeit. Nee, ich war. Vor allem, ich, ich, ich kann Deutsch, ne? Ich lasse mich Zeit. So. Flupp. Na, aber ja, klar. Wieso, wieso rutsche ich eigentlich noch? Das bringt ja eh nichts. Brennraum. Entschuldige, ich reiß mich schon zusammen. Mann, hab ich da eine Wurst abgeseilt und mich auf den Weg zum alten Monty gemacht. Okay. Äh, das werden wir jetzt nicht vertiefen. Das ist unser Planet! Ich versperre euch! Verstand, ob ich dich nicht gut unterhalten? Ja doch, doch. Ja, ausch! Gut, ich wollte nur an die Truhe dran. Und, ja, hier sind nur Gelddinger, brauche ich nicht. Fast geschafft! Ha! Ich wünschte, ich könnte das Gesicht der Harpie sehen, wenn sie es herausfindet. Wunsch erfüllt! Hände über den Kopf, wenn ich bitten darf. Beeilung Kammerjäger! Wir wurden entdeckt! Äh. Naja, jetzt kann... Ja, er wollte ja mit seiner Schwester nochmal quatschen. Jetzt kann er es machen. Uh. Äh. Ja, gibt beides Geld. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Superman. Ich sage bitte nicht, dass das... Cool. Ich will auch solche. Oh. Äh, ich will keine Abbildung. Also, wenn die mich trifft, dann... Oh. 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 Ach ja. Ich will mal schauen, ob ich das ohne... ohne den Teddybär schaffe. Heute werde ich nicht sterben. Oh. 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 Äh, die... die Spitzen sind echt heftig. Oh. Oh. Funny, die... die Treffen immer. Oh. nur ein Kammerjäger kann ein Kammerjäger töten mein Niveau erreichst du nie nur im Winter dieser HP hat Krallen ich habe keine Angst vor dem Kopf vor denen kann ich echt nicht ausweichen der falschen Seite steht ja also es geht du bist nicht weiter als eine Hure versteckt euch hier Bauern das ganze stimmt nicht sehr gut sehr gut du hast lange genug Zeit schreit weg zu laufen doch mit dir deine Armut ist bestimmt so ich fühle mich also Kälte an alles da alles da gehts dir gut mir was ist mit dir du hast dir ja genauso eine Kugel eingefangen auch das wird schon wieder ist nicht das erste mal dass ich Blei im Bauch habe einfach zusammenreißen ha auch nur für ein Champion ja so hey uuuu da muss ich mal kurz überlegen so also erstmal wegwerfen 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 so also das da das da Pistolen nicht ja wobei das gibt Kohle das gibt Kohle und das der Rest schön so ja ja liegt es an dir die Aufgabe zu Ende zu bringen Kammerjäger ah ja die Kammer äh um den Eingang zu enthüllen musst du draußen im Garten ein paar Statuenrätsel lösen oh kannst du mir nicht einfach die Antworten verraten oh oh entschuldige bitte hörst du das Alistair der Kammerjäger hat seinen Sinn für das absonderliche verloren Ignorier Winnie. Er wird unhöflich, wenn man ihn anschießt. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen, Kammerjäger. Die erste Statue ist da draußen auf der Terrasse. Du musst nur nachstellen, wie die Person gestorben ist. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.